so heute war ich jetzt mit einem E-Buschi ich habe immer noch keinen Plan wie ich DDD besiegen könnte aber ich schaue mir jetzt noch mal alles an ready also rechts runter springen now you Moment rechts springen ne 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 Moment 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 Now you sagte ich hab' ich vorhin gar nicht so hart darauf geachtet Moment mal ja runter attack und attack jetzt ich runter attack und attack und nun right und jetzt kann ich dich jetzt hä Moment attack und runter kann ich dich jetzt vielleicht angreifen oder ja ja ach so ach so springen links rechts runter oh springen links rechts runter aha ah ja toll silent sehr das hab' ich noch nie rechts attack runter jump rechts attack runter link ne das war falsch ja toll toll aber das ähnlich ob' zweifels article dort resultados option die Time Azul Eier lli Nein, 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 nein. Was tue ich eigentlich? Mehr Konzentration schon hier. Es wäre vielleicht nicht schlecht, ja? Also. Attacke, Attacke und springen. Attacke, Attacke und springen. Gut. Rechts, links, links. Rechts, links, links. Ja. Er hat ja keine Linken in die Niederzeige, oder was? Runter, runter, springen, runter. Runter, runter, springen, runter. Ja, Moment, er muss das jetzt einfach runterfallen. Ach so. Links, runter, springen, Attacke. Äh, verdammt, hab's vergessen. Ah doch, das hat gefasst, sehr schön. Oh Gott, wie lange geht der denn? Links, Attacke, Zaun. Springen, rechts. Links, Attacke. Nein, das war die falsche Taste, verdammt. Ach du verdammte Scheiße. Wie soll ich mir das bitte alles merken? Ist ja schlimm. Oh mein Gott. Ich kann mir doch... Ne, ich kann jetzt aber sonst den gut merken, ja. Aber das ist mir jetzt echt gar zu viel, ganz im Ernst. Also, runter, links, rechts. Runter, links, rechts. Runter, links, rechts. Schon jetzt. Ja, das wird irgendwie bestimmt noch extrem schwer. Springen, rechts, runter. Springen, rechts, runter. Ja, ja, ja. Rechts, schwingen, Attacke, Zaun. Rechts, schwingen, Attacke, Zaun. Ja. Und wieder aufpassen. Links, rechts, Attacke, links, links, rechts, äh, Attacke und links, ja. Ja, fast. Runter, 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 links, links. Und zwar runter, 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 links, links. Ja, das ist ja, geht so einigermaßen. Und wieder aufpassen. Links, Attacke, rechts, jump, links. Links, Attacke, rechts, jump und links war das, glaube ich, ja. Kommt, schnie, schnie runter. Runter, springen, Attacke, Attacke, links, springen. Ja, ja, komm, mal runter. Ja, ja. Ist er tot? Ist er tot? Bitte. Und ansonsten will ich speichern. Warte. Was zum? Ah, das erste, der erste Teil des Bosses, ja. What the fuck? Meta. Was? 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 Da war Meta rein drin und dann hat die irgendwas abgeknallt. Fuck, kann ich zurück? Nein, ich kann nicht zurück. Ich hab Angst. Ich hab echt Angst. Bitte speichern, irgendwo. Irgendwas passiert. Jetzt. Die Spinne bestimmt. Trifft das Ding. Boah. Geil. Wie leicht der Boss jetzt einfach nur war. Geil. Was fehlt hier gar nichts? Moment. Nochmal speichern und nachsehen. So. Boss 3. Das war jetzt der Boss 3, nicht wahr? Nein, ich hab' ja alles kaputt gemacht. Ich kann ich nicht mehr rauchen. Oder noch nicht. Nein, nicht. Sieht's tot tot. Nein, 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 nein. Nochmal speichern, komm. Was war das jetzt für ein Boss, bitte? Ganz im Ernst. So, die Katze gehen weiter und da kommt bestimmt die Spinne. Ganz bestimmt. Ich, ich, nee. Ich hab' keine Angst vor der Spinne. Komm. Nein? Hä? Aber es regnet und das ist irgendwie schön. Hä? Ich dachte jetzt, da kommt die Spinne. Oh mein. Ryu. Oh verdammte Scheiße. Ryu. Er hat Metanheit getötet. Ja, hat man gesehen. Das war sein Hadouken. So. Was? Nee, ich bin nicht Akuma. Ich bin hier um, keine Ahnung, mit Bosch zu werden. Was zum Verfichten? Was zum? Was zum? Was zum? Was? 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 Was tust du mit mir? What the fuck? Wie hätte ich damit ausweichen sollen? Na gut, dann war der Typ, der Miniboss da. Hätte mich ja auch gewundert. Kann ich das kippen? Moment, hier hab ich das jetzt? Wie 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 hab ich das jetzt? Ja, genau so. Hihi. Ah verdammt. Äh, ich kann es kippen. Ich weiß es wieder. Das ist schön. So, Pikachu bist du bereit? es geht los es geht los hä, warum komm ich nicht da rüber das ist doch ein Witz das ist doch echt ein Witz so, jetzt schon hier hoch dann skippen wir ich muss da genau perfekt rüberspringen, aber genau perfekt wollt ihr mich denn verarschen? äh, weg mir hin na, hallo Pikachu, bist du denn dumm? bist du wirklich so dumm die Katzen ganz im Ernst, dass du nicht über dieses Ding rüberspringen kannst wie beim ersten Mal ah, hier rüber ja, und hier hinstellen und dann kickt er mich weg, egal wo ich stehe wie zum Teufel aber alles ist in Ordnung alles ist in Ordnung sie haben einen Miniboss besiegt und ich bin jetzt beim richtigen Boss alles okay komm ich da da durch ja, da komm ich durch ah, was hab ich jetzt genau getroffen das Ding, was von oben gefallen her kam von oben gefallen her kam ja, ich kann nicht mal mehr richtig reden, verdammt oh Pikachu oh Pikachu springen ja, 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 das passt, das passt ah, kann ich da wirklich rechts in der Ecke bleiben? es sah jetzt fast so aus für mich ganz schön ernst hat der Typ eine Lebensanzeige, ich hab's bisher doch nicht gefunden und meine Tastatur ist nach unten gefallen ah, gerettet ah, gerettet haha was hab ich jetzt erwischt, ich hab's nicht gesehen ich muss meine Tastatur retten, verdammt also es wäre mir nach unten gefallen und es wäre uncool gewesen so, wir versuchen es nochmal da waren Treffer drin, das war... jetzt Feuer, Feuer, Feuer ja, ich... ja, ich kann seine Geschwindigkeit doch nicht richtig einschätzen aber macht nichts, macht gar nichts ja, da waren Treffer drin ich sehe echt keine Lebensanzeige, dann sage ich jetzt oben das Weiße, verdammt und jetzt? ich möchte bestimmt wechseln ja, dann muss ich die Seite wechseln ok, es ist definitiv wieder ein Auswendiglernen dann geht's auch ja aber es ist bestimmt verdammt viel, was ich lernen muss, verdammt ne, es ist bestimmt wieder wie bei Cracko ein, ein Bewegungsmuster und dann, äh, ja verdammt ja, und dann wiederholt sich das bestimmt und dann geht's bestimmt auch also bestimmt gar nicht mal so schwer gut, aber bei Crack hab ich mich ja auch schwer getan, obwohl der eigentlich gar nicht so wirklich schwer ist jetzt muss ich wechseln jetzt muss ich wechseln oder in der Mitte bleiben dann kommt das und dann, was macht der dann? dann sehe ich ihn nicht mehr ja, toll dann ist er wieder rechts und dann beginnt es bestimmt wieder von vorne ok, so viel ist denn das doch nicht zum Lernen das geht eigentlich wenn ich mich nicht allzu doof anstelle ich würde das gerne Pikachu schaffen das ist sein Kampf was hab ich jetzt erwischt? Mann, ich achte da immer zu sehr auf Ryu Mann BAM! erwischt ja, ja, hör auf dein Verdammter durchsusen ja, ja, hör auf dein verdammter durchsusen ja, das ist ja ja, 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 komm schon wieder da, ja ja, 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 dann springst du im zweimal, ja, dann muss ich mich einfach in Bewegung halten irgendwie Dann passt's. Okay, bisher... Ja, Lernphase. Und ich muss sagen, da könnte man echt lernen. Also ich muss ihn sogar lernen, verdammt. Und so geht's. Nein! Ich spring da zu langsam. Ansonsten... Ja, geht's. Die Musik ist episch, muss man sagen. Aber ich will hier kämpfen. Ja, der Schaden da am Anfang der Buszahl. Nein, da hätte ich... Na, komm. Ja. Da bin ich noch nicht so richtig im Kopf. Aber das kommt noch heute. Na, jetzt hab ich... Meine Sprungtaste. Hallo, Sprungtaste. Wenn ich die drücke, dann musst du reagieren, weil sonst gleich tot. Das ist nicht so schön. Bam, getroffen. Ah, 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 ah. Jetzt feuern, feuern, feuern. So. Hier, ah, ah, verdammt. Ich muss schneller nach links gehen. Weil sonst kann ich ihm nicht abhasten, und das ist scheiße. Ja, ja. Tak. Tak. Das ist wie beim, beim Guy Company. I wanna be the guy. Das ist wirklich nur ein auswendig lernen. Eins-to-eins. Ja, wie gesagt, war's ja bei Cracker schon. Deshalb. Jo. Kein Silber. Kein Silber. Ah, was trifft mich denn da? Ja. Manchmal, manchmal, manchmal nicht. Ja, Pichu, Pichu. Toll, wenn Pikachu springt und dann gleich schießt, dann... Ähm, das ist nicht ganz wie das Pichu schaden, obwohl es kein Pichu mehr ist. Ha, ha, ha. Ja, sehr. So. Gleich nach links. Oh, und springen. Wo? Jetzt in... Moment, wenn das vorbei ist, in Bewegung bleiben. So. Jetzt. Der da wieder, ja. Da. Was kommt's? What da? W-w-w-was? Okay, da muss definitiv auf dem Boden bleiben, also. Ja, natürlich, wer... Er wirft mit Autos nach mir. Was zum Teufel? Was? Och du verdammtes. Oh fuck. Leute, habt ihr das gesehen? Was? Was? compart... Cian Li? ...und Blanka? ...was soll das jetzt? Und dann kommt noch... Ähm, ich weiß nicht, wie der Typ heißt, aber... ...hey, ja kommt noch mehr oder wie sieht's aus? Außerdem kommt noch mehr. Natürlich kommt noch mehr. Dann fängt's hier von vorne an. Wo RIESIS. das ist wie kommt Leute ich mache Schluss für heute das wäre echt zu viel ich bedanke mich wieder fürs Zusehen Leute ich hoffe ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei mit mir Überkampf äh wieder einen Angriff nehmen ja bis dahin macht's gut tschüss Scheiße